Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video aus der Windows Reihe. Windows 11 ist seit gut einem Monat veröffentlicht, ein Teil von euch ist bereits umgestiegen, ein Teil will bei Windows 10 bleiben und viele von euch sind noch unentschlossen, ob bzw. wann ein Umstieg zu Windows 11 stattfinden soll. Ich hatte zu diesem Thema auch eine Umfrage hier auf YouTube gestartet, vielen Dank an alle da draußen, die daran teilgenommen haben. Das Ergebnis ist natürlich alles andere als repräsentativ, dennoch zeigt es genau die eben erwähnten Tendenzen. Grund genug also, an diesem Thema weiterzumachen und der Frage nachzugehen, ob bzw. für wen ein Umstieg auf Windows 11 lohnenswert ist bzw. wer besser noch bei Windows 10 bleiben sollte. Wir knüpfen damit unmittelbar an das letzte Video an, wo wir uns bereits die Neuerungen, Systemanforderungen und vieles andere mehr von Windows 11 bereits angeschaut haben. Schaut da gerne vorher nochmal rein, falls ihr dieses Video verpasst haben solltet. Wie immer findet ihr alle Inhalte dieses Videos als Kapitel in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst uns mit dem Positiven beginnen, den Gründen, die für einen Umstieg auf Windows 11 sprechen. Kostenlos Für viele Nutzer von Windows 10 ist ein Upgrade auf Windows 11 möglich, zumeist ist es dann sogar kostenlos. Sofern euer PC die offiziellen Systemanforderungen erfüllt und ihr eine bereits aktivierte Lizenz von Windows 10 Home oder Pro nutzt, wird euch in der nächsten Zeit im Rahmen von Windows Updates ein entsprechendes Upgrade zum Umstieg auf Windows 11 angeboten. Microsoft plant diesen Rollout aber bis etwa Mitte 2022, also wundert euch nicht, wenn ihr dieses Umstellungsangebot bisher noch nicht bekommen habt und es auch nicht in den nächsten Tagen oder Wochen bekommen werdet. Das Umstellungsangebot für kompatible Windows 10 PCs ist dieses Mal auch nicht zeitlich befristet, im Gegensatz zur damaligen Aktion, wo Windows 7 und Windows 8 kostenlos auf Windows 10 umgestellt werden konnten. Ihr müsst euch also nicht sofort entscheiden und umstellen. Übrigens, wenn ihr einen PC mit Windows 7, 8 oder 8.1 habt und ebenfalls auf Windows 11 umsteigen wollt, ist selbst das derzeit noch kostenlos möglich. Aber dazu später mehr. Neue Bedienoberfläche Die neue Oberfläche von Windows 11 ist, zumindest subjektiv betrachtet, schöner, moderner und auch an einigen Punkten bezüglich der Bedienung optimiert worden. Für die Details hierzu möchte ich auf das erste Video dieser Reihe verweisen. Da habe ich die Änderungen der Oberfläche ausführlicher vorgestellt. Microsoft Store Der neue Microsoft Store hat tatsächlich das Potenzial, zum zentralen Marktplatz vieler neuer Programmen und Spiele zu werden und außerdem auch als Anlaufstelle für Abonnements und Dienstleistungen, Filmen und Serien zu werden. Und das auch jenseits von Produkten von Microsoft. Das umständliche Suchen, Herunterladen und Installieren von Programmen aus dem Internet könnte damit perspektivisch für die wichtigsten Anwendungen entfallen. Aus meiner Sicht ist das auch ein Beitrag zur Sicherheit von PCs und Laptops, da man dann nicht mehr so häufig Gefahr läuft, seine Software von windigen Websites zu beziehen, die einem Viren, Trojaner oder Bloatware unterjubeln wollen. Auf dem Smartphone ist ein zentraler App Store ja schon von Anfang an Standard. Auch unter Linux oder dem Mac ist man damit vertraut, seine Software überwiegend über einen Paketmanager zu beziehen. Android Apps Unter Windows 11 wird es möglich sein, viele der liebgewonnenen Anwendungen von seinem Android Smartphone oder Android Tablet auch unter Windows nutzen zu können. Ein eigens dafür in Windows integriertes Subsystem sorgt dafür, dass Apps dieser Art auch auf einem PC-System lauffähig sein werden. Verbesserte Performance Dank etwa der Direct Storage API und der Imprierisierung von Anwendungen laufen einige Programme und Spiele unter Windows 11 schneller als unter den bisherigen Windows-Versionen. Die Unterstützung neuer Prozessor-Generationen, insbesondere das neue hybride Design, welches mit den Intel Alder Lake Prozessoren derzeit auf den Markt gebracht wird, optimiert die Leistungsfähigkeit und Effizienz des PC- oder Laptop-Systems. Windows 11 ist die Zukunft Es ist davon auszugehen, dass alle Neuerungen und weiteren Features für Windows nur noch Windows 11 bekommen wird, während Windows 10 in Bezug auf Weiterentwicklungen eher auf der Stelle treten und wahrscheinlich nur noch mit Sicherheits-Updates versorgt wird. Aber da wo Licht ist, da ist auch Schatten. Befassen wir uns daher nun mit den Gründen, die gegen einen Umstieg auf Windows 11 sprechen. Höhere Systemanforderungen Im ersten Video dieser Reihe hatten wir ja bereits die Systemanforderungen besprochen. Kurz gesagt bedeutet das, dass die PC-Systeme relativ neu sein müssen, um offiziell unterstützt zu werden. Gerade die Punkte Prozessor bzw. TPM sind für viele Systeme mittleren oder älteren Datums eine Hürde, an der sie scheitern werden. Nutzung älterer Software oder Geräte Neben den Systemanforderungen für Windows selbst sollte ebenfalls bedacht werden, dass auch im Gerät verbaute Zusatzkomponenten wie Sound- oder Videokarten oder angeschlossene Peripheriegeräte wie etwa zum Beispiel Drucker mit dem neuen Betriebssystem kompatibel sein müssen. Je älter diese Geräte sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es keine Treiber für Windows 11 geben wird. Dasselbe gilt analog für Anwendungsprogramme oder Spiele älteren Datums, die nicht mehr mit Patches versorgt werden. Wenig Neues Die aktuelle Version von Windows 11 bringt wenig Neues. Viele Features und Neuerungen müssen sich erst im Laufe der Zeit bewähren. Ich denke da beispielsweise an den Store, die Unterstützung von Android-Apps oder die finale Fertigstellung der Oberfläche bzw. Integration aller ihrer Dienstprogramme. Kinderkrankheiten Wie jedes neue Softwareprodukt hat auch Windows 11 zur Markteinführung mit Problemen zu kämpfen. So hatten beispielsweise Nutzer eines AMD-Systems anfangs schlechtere Performance gehabt, da der Level 3 Cache mit der dreifachen Latenz angesteuert wurde und die Kerne der CPU nicht optimal eingesetzt wurden. Inzwischen sollen diese Probleme aber behoben sein. Generell gilt, dass unter Windows 11 wieder alles reibungslos läuft, ist zwar recht wahrscheinlich, aber bei weitem nicht garantiert. Zwang zum Microsoft-Konto Microsoft hat schon unter Windows 10 immer wieder versucht, Anwender zur Nutzung eines Microsoft-Kontos zu bewegen. Mit Windows 11 wurde dieser Druck noch weiter erhöht. Unter Windows 11 Home besteht sogar der Zwang, sich mit so einem Online-Konto anzumelden. Dieser Umstand wurde auch Bestandteil der offiziellen Systemanforderungen. Aus der Sicht von Datenschutz und Datensicherheit ist das natürlich eine Katastrophe. Gerade für Anwender, die ohnehin die Vorteile eines Microsoft-Kontos nicht aktiv nutzen wollen, ist das gelinde gesagt eine Frechheit, dass Microsoft ihnen dennoch ein Online-Konto aufzwingt. Kein Zeitdruck Windows 10 wird bis Mitte Oktober 2025 noch supported. Es besteht also kein grundsätzlicher Druck, das Betriebssystem zu wechseln. Ihr bekommt auch weiterhin Updates für Windows 10, insbesondere die wichtigsten Sicherheitsupdates. Wie heißt es doch so schön? Never touch a running system. Nachdem wir nun die wichtigsten Gründe für oder gegen einen möglichen Umstieg kennen, möchte ich euch auf Basis meiner Einschätzungen ein paar Empfehlungen aussprechen. Es handelt sich hierbei natürlich um subjektive bzw. allgemeingültige Ratschläge. Eure ganz persönliche Situation kennt natürlich nur ihr selbst. Das wichtigste gleich vorab. Wer einen zuverlässigen PC oder Laptop mit Windows 10 besitzt, kann sich entspannt zurücklehnen. Ein Umstieg vor dem Support-Ende von Windows 10 ist nicht notwendig, sofern ihr das nicht ausdrücklich wünscht. Aber wer sollte dann zu Windows 11 greifen? Das sind insbesondere Anwender von PCs, auf denen noch Windows 7 läuft. Diese sollten spätestens jetzt endgültig abgelöst werden. Sofern der PC Windows 11 unterstützt, kann natürlich direkt Windows 11 installiert werden. Ansonsten solltet ihr zumindest auf Windows 10 umstellen. Der Weiterbetrieb von Geräten mit Windows 7 ist grob fahrlässig, da der Support bereits Anfang 2020 eingestellt wurde und somit seitdem auch keine Sicherheitslücken mehr geschlossen werden. PCs mit Windows 8 bzw. 8.1 solltet ihr jetzt ebenfalls umstellen, da der Support von Windows 8.1 im Januar 2023 auslaufen wird. Bis dahin bekommt ihr zwar noch Sicherheitsupdates, aber praktisch ist Windows 8 seit Jahren tot und wird auch seitens der Programm- und Spielhersteller kaum noch berücksichtigt. Dasselbe gilt auch für die Bereitstellung von Treibern. Nutzer von Windows 7, 8 und 8.1 fragen sich jetzt vielleicht, wie sie umsteigen können, obwohl das neue kostenlose Upgrade ja nur für Windows 10 vorgesehen ist. Da gibt es zwei Varianten. Die erste ist, dass ihr zuerst auf Windows 10 upgradet und dann anschließend von Windows 10 auf Windows 11. Die zweite Variante ist dagegen eine komplette Neuinstallation, direkt von Windows 11. Als Produktschlüssel könnt ihr hier den Key von eurem Windows 7 oder Windows 8 eingeben. Diese werden derzeit immer noch klacklos akzeptiert. Eine von Microsoft vorgesehene Methode ist das aber nicht. Der offizielle Weg wäre hier der Kauf einer neuen Windows Lizenz. Pflicht ist Windows 11 aus meiner Sicht auch für all diejenigen, die beabsichtigen, sich einen neuen PC oder Laptop zu kaufen. Hier solltet ihr dann darauf achten, dass auf diesem Gerät nicht mehr Windows 10 vorinstalliert ist, da eventuell inkompatible Komponenten verbaut sein könnten oder ihr zumindest den zusätzlichen Aufwand mit dem Upgrade habt. Dann lieber direkt zu einem PC greifen, der für Windows 11 konzipiert wurde und auch damit ausgeliefert wird. Hier bekommt ihr dann Windows 11 im Regelfall als OEM-Version direkt vorinstalliert und aktiviert dazu und müsst euch um nichts kümmern. Sich extra wegen Windows 11 einen neuen PC oder Laptop zu kaufen ist dagegen absolut unnötig. Eine weitere Gruppe sollte ebenfalls die Installation von Windows 11 in Betracht ziehen. Nämlich alle Anwender, die ohnehin ihr Windows Store installieren wollten oder bei denen das derzeitige System Probleme macht, also zum Beispiel abstürzt und erste Reparaturmaßnahmen nichts gebracht haben. Bevor man sich die Mühe macht, jetzt Windows 10 zu installieren und dann nach einiger Zeit zu Windows 11 upgradet, ist es vermutlich einfacher, jetzt den Umstieg auf Windows 11 zu wagen und dieses direkt sauber neu zu installieren. Auch hier könnt ihr den Produktschlüssel von Windows 10 für die Installation von Windows 11 nutzen. Soweit zu den Gruppen, denen ich einen Wechsel zu Windows 11 anraten würde. Im Umkehrschluss sollten alle anderen Anwender vorerst besser noch bei Windows 10 bleiben. Ausdrücklich von einem Wechsel abraten würde ich sogar allen Anwendern, die aufgrund ihres PCs oder Nutzungsverhaltens ohnehin nicht von den Neuerungen von Windows 11 profitieren bzw. diese Neuerungen auch gar nicht als Verbesserungen betrachten. Ebenfalls sollten alle Anwender, die keine Experimente wagen möchten bzw. den Umstellungsabwand scheuen, die Finger von Windows 11 lassen. Wer seinen PC oder Laptop für wichtige Aufgaben bzw. auch sehr häufig nutzt, z.B. für tägliches Homeoffice, der sollte ebenfalls vorerst noch bei Windows 10 bleiben, sofern er nicht auf die Neuerungen von Windows 11 angewiesen ist. Soweit zu den Argumenten pro oder kontra einer Windows 11 Umstellung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei eurer Entscheidung unterstützen, ob ihr nun wechseln sollt oder nicht. Das wichtigste hierbei ist aus meiner Sicht, dass ihr euch mit der Entscheidung grundsätzlich Zeit lassen könnt, da euer aktuell laufendes Windows 10 System bis zum Oktober 2025 weiterhin unterstützt wird und es daher keinen Zeitdruck gibt, jetzt überstürzt einen Wechsel anzugehen. Wenn ihr mit Windows 10 zufrieden seid und euer PC oder Laptop damit gut läuft, bleibt einfach bei Windows 10. Oder anders gesagt, macht ein Upgrade eures aktuellen Windows 10 Systems auf Windows 11 nur dann, wenn dieses kompatibel ist und ihr durch Windows 11 direkte Vorteile habt bzw. einen Nutzen daraus ableiten könnt. Abschließend noch ein kleiner Disclaimer. Ich beziehe mich hier nur auf Windows Betriebssysteme, da diese im PC-Segment der de facto Standard sind. Klar wäre eine Stelle eines Umstiegs auf Windows 11 auch der Wechsel zu Linux Mint, Ubuntu oder einem anderen Linux Derivat möglich. Aber das ist eine ganz andere Welt, in der es beim Wechsel viel zu beachten gibt. Daher habe ich Alternativen neben Windows bewusst außen vor gelassen. Falls ihr euch dennoch für Linux als neue Heimat interessiert und hierzu gerne ein paar Videos sehen möchtet, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. In den nächsten Videos gebe ich euch ein paar Hinweise und Ratschläge, wie ihr euren aktuellen PC für Windows 11 fit macht und welche Möglichkeiten es konkret gibt, den Umstieg durchzuführen. Bleibt also gerne dabei. Wenn ihr Fragen oder Hinweise habt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Lasst mich auch gerne wissen, ob euch das Video gefallen und geholfen hat. Und schreibt mir bitte auch mal, ob ihr aufgrund dieses Videos eure Entscheidung geändert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Ciao Euer Rödi Take care. machen wir hier bei vermeiden, deswegen was Sachen schon's zu höhere hin workshop müsst.